Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal eine normale Weihnachtskarte oder einfache, wie auch immer. So lässt sie sich aufklappen. Verwendet habe ich hier zum einen das Stempelset fröhliche Feiertage, fröhliche Festtage, es geht schon wieder los, mit den passenden Stanzformen fröhliche Festtage. Und dazu genommen habe ich mir noch die Stanzform Feiertagsklassiker. Da kommen diese Zweige raus, die ich hier in Gold ausgestanzt habe. Hier habe ich gearbeitet in Tannengrün. Wir nehmen heute Chili und alle Maße findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Die blende ich hier unten ein und der direkte Link ist wie immer in der Infobox. Für die Grundkarte braucht ihr ein Stück Farbkarton in 26,5 x 10,5. Dann habe ich zwei Stücke in Grundweiß, die sind 11,5 x 10, ein Stück Designerpapier in 10 x 2,5 und eins in 10 x 1 cm. Und dann braucht ihr noch ein paar Reste für die Dekoration. Ich habe hier noch drei Zweige und auch meine Fähnchen ausgestanzt. Die Zweige habe ich in Waldmoos ausgestanzt, dann ein Etikett in Weiß und zum Drunterlegen eins in Chili. Von der Dekoration her bleiben wir heute sonst gleich, nur dass ich die Grundkarte in Chili mache und nicht in Tannengrün. Wir legen los. Die Grundkarte falzen wir uns an der langen Seite bei 12 cm. So, dass hier dieser schmale Streifen überbleibt. Da ist mein Falzbein. Die kann dann erst an die Seite. Wir stempeln jetzt erst. Und zwar den großen Zweig auf ein Reststück. Den Zweig selber stempel ich in Tannengrün. Wenn ihr mit den Alkoholmarkern koloriert, anmalt, wie auch immer, dann könnt ihr diese Stempelkissen auch verwenden, weil die sind auf Wasserbasis und die stifte ja auf Alkoholbasis. Dementsprechend verträgt sich das untereinander und es verläuft nicht. So, zum Kolorieren nehme ich zum einen, jetzt muss ich mal eben schauen, Chili habe ich hier, glaube ich, liegen. Ja. Habe ich es nicht aufgeschrieben, doch. Chili in hell, grüner Apfel in dunkel und Tannengrün in hell. Wenn ihr die Stifte bestellt habt, habt ihr ja immer einen dunklen und einen hellen. Die Beeren kommen jetzt in Chili hell. Und ihr kennt das ja schon, ich bin ja eher diejenige, die einfach nur ausmalt. Und nicht wirklich, also ich nenne das nicht kolorieren, bei mir. Bei mir ist das wirklich eher einfach nur ausmalen. Ich bewundere alle, die das kolorieren beherrschen. Also was ich da manchmal so sehe, da denke ich mir immer, wenn du das auch mal könntest. So, die glatten Blätter mache ich in grüner Apfel. Ich habe es versucht, ich habe viel ausprobiert, viel geübt, sage ich mal, das Kolorieren, aber es liegt mir einfach nicht. Aber man kann ja auch nicht alles können. Oder ich sage mal so, man muss auch nicht alles können. Ich finde, das sieht so auch ganz schön aus. So, dann haben wir das. Und die Ilex Blätter machen wir in hell Tannengrün. So, dann geht es hier weiter. Also ihr könnt diese Stifte auch nicht, ihr könnt zwar die Farben einzeln kaufen, aber ihr bekommt da immer hell und dunkel. Wir hatten das mal eine Zeit lang, da gab es die auch einzeln, also hell und dunkel einzeln. Aber das war nicht lange. So, einmal ausgemalt. Dann nehmen wir uns, noch ein bisschen gelischt. Da. Das Fähnchen in weiß. Da kommt in Chili. Nee, das ist glotrot. Da ist Chili. Da kommt Frohes drauf. Und dann haben wir das Stempeln auch schon erledigt. Das kann einen kurzen Moment wieder an die Seite. Wir nehmen uns jetzt das erste Stück in Grund weiß, legen uns das Designerpapier da drauf. Noch nicht kleben, nur drauflegen. Ich sage euch auch gleich warum. Und jetzt mache ich mir hier unten so in etwa eine Markierung. Denn ich möchte dieses Stück noch prägen. Damit wir das dünne Designerpapier aber besser aufkleben können, präge ich dieses Stück nicht mit. Und prägen werde ich das Ganze mit dem Prägefolder Holzstruktur. Dazu lege ich mir das dann hier unten einfach bis zur Markierung. Lege ich das ein. So in etwa. Also man sieht das ja hier, dass das nicht bis zum Ende geht. Wir haben da ja noch so ein schmales Stück. So lege ich das ein. Und dann kommt das durch meine Stanzmaschine. Was wir noch ausstanzen müssen, ist zum einen hier das Wort Fest. Da habt ihr ja die passende Stanzform. Und diese beiden Zweige. Das müssen wir alles noch ausstanzen. Das Ganze mache ich eben ohne euch. Und dann geht es auch gleich schon weiter. So meine Lieben. Ich habe soweit alles ausgestanzt. Hier sind die Stanzformen noch drauf. Das findet ihr im Übrigen aktuell im Online-Shop. Da haben wir ein Päckchen mit Gold und Silber. Und das ist selbstklebend. Deshalb habe ich die Stanzformen auch noch drauf gelassen. Wir kümmern uns aber erst um die beiden Streifen Designerpapier. Also ich habe hier jetzt mein Element für vorne. nur zum Teil geprägt. So können wir das Designerpapier besser aufkleben. So. Hier lasse ich noch einen kleinen weißen Rand. Und auf das Grüne kleben wir dann den roten Streifen. Auch so ein bisschen überlappend. Und dann fangen wir mit der Deko an. Und zwar auf diesem großen Zweig kommen bei mir jetzt nur in der Mitte zwei Dimensionals drauf. Denn alles andere schieben wir unten drunter. der kommt in etwa noch ein bisschen steiler. So hier hin. Als nächstes nehme ich mir dann die Zweige in Waldmoos. da kommt einer da hin. Einer hier unten. und einer kommt hier raus. Beziehungsweise etwas höher. Unser frohes muss da ja noch hin. dann nehmen wir uns hier diese goldenen Zweige. Und da bleibt manchmal nicht immer, aber manchmal ja doch hier. Hier sieht man es. Diese kleinen Elemente bleiben da jetzt drin stecken. Das finde ich aber nicht schlimm. Ich klippe die einfach mit auf. Und da kommt einer hier hin. Wie gesagt, die sind selbstklebend. Also die haften auch sofort. Wenn ihr das nicht möchtet, dass das hinten klebt, dann könnt ihr euch den Embossing Buddy nehmen. Wenn ihr den habt. Und tippt da hinten drauf. Dann nehmt ihr die Klebekraft und dann könnt ihr die auch anders festkleben. So, dieser Zweig kommt hier hin. So ein bisschen über den grünen. Das Fest brauchen wir gleich. Unser frohes, da machen wir uns noch diesen kleinen das kleine Fähnchen drunter. Das schneide ich einfach durch. ein bisschen Flüssigkleber drauf. Und ich orientiere mich jetzt an diesen Punkten vom Ausstanzen. Das klebe ich in etwa so, dass ich noch drei Punkte hier oben das seht ihr wahrscheinlich nicht, dass ich da noch drei Punkte sehen kann. Und natürlich das klebe ich möglichst gerade. Dann drehen wir es um und kleben das an der anderen Seite. Auch so. Dann kommen da Dimensionals drunter. Drei Stück. Und das Ganze richtig rum. Uhu, das wäre jetzt fast schief gegangen. Das kommt dann hier unten hin. Dann habe ich mir noch dazu genommen Paletten in Pastelltönen. Und zwar diese goldenen. Einer kommt da noch hin. Eine da hin. Und eine habe ich hier oben noch hingeklebt. Und das lassen wir jetzt einen kurzen Moment trocknen und legen das an die Seite. In der Zeit kümmern wir uns um unsere Grundkarte. Und irgendwie habe ich mich hier verschnitten. Okay, das schneide ich später ab. Wir nehmen uns jetzt die Buchstaben und ich nehme mir da als erstes das F. Das ist natürlich auch selbstklebend jetzt. Und wir haben das ja aufgeklappt und das positioniere ich mir hier als erstes. Dann nehme ich mir den letzten Buchstaben von dem Wort, also dementsprechend das T. Das positioniere ich mir unten. Bin ich noch im Bild? Ja. Und jetzt klebe ich mir erst die beiden Buchstaben dazwischen. Damit wir so ungefähr den gleichen Abstand haben. Das kommt auf einen Millimeter nicht an. Bedenkt immer, es ist selber gemacht, handgemacht und da muss es nicht immer perfekt sein. Also ich habe hier jetzt nichts ausgemessen. dann können wir innen später, wenn wir es beschriftet haben, unseren Einleger noch reinmachen. Das mache ich aber definitiv später. Ich habe hier ein bisschen was schief und das Ganze kommt dann hier drauf. das habe ich jetzt flach aufgeklebt. Da muss ich jetzt darauf achten, dass ich das unten auch ein bisschen also ich habe oben jetzt einen etwas größeren Abstand, weil ich hier schräg gekommen bin mit dem Schneiden. Da muss ich dann noch was nachschneiden. So. Und somit ist die Karte fertig. Ich bin gespannt, welche euch eher zusagt, ob in Tannengrün oder in Chili. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier noch die Schleife vergessen. Die setze ich dann später noch auf. Da habe ich noch ein kleines goldenes Schleifchen hingemacht. So, meine Lieben, das war es schon für heute. Ein kurzes, aber ich finde ein schönes Projekt. Ich wünsche euch jetzt wie immer ganz viel Spaß beim Nachbasteln und falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.